Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen am heutigen Gottesdienst, den dritten Sonntag in der Passionszeit. Heute geht es sehr ernst zu. Einmal im Wochenspruch und dann auch im Evangelium und im Predigtext. Alle drei aus dem Lukas-Evangelium. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ein Bild aus der Landwirtschaft, wo es darum geht, alles zu tun, damit man gute Frucht erhält. Und der Landwirt behält seine Zugtiere im Auge und das Gelände, das fällt vor ihm. Und was hinter ihm, das bringt nichts mehr, das liegt zurück, das ist Vergangenheit. So ist es auch mit Jesus, wenn Jesus uns zur Nachfolge ruft und wenn Jesus in uns durch seinen Geist Frucht bringt. Frucht bringt für das Reich Gottes, für sein Reich. Und da ist es wichtig, Jesus als Vorbild im Auge zu behalten. Auf ihn zu hören, auf sein Wort, auf sein Geist. Und es nützt nichts, zurückzublicken auf das alte Leben, das ist vergangen. Das alte Leben mit den Sorgen und mit der Selbstgerechtigkeit. Als wenn wir durch unsere Sorgen uns ewiges Leben schaffen könnten. Sorgen, diese Art von Sorgen, die trennen uns vom Wesentlichen. Jesus hat das auch in anderen Beispielen aus der Landwirtschaft deutlich gemacht. Zum Beispiel aus dem Gleichnis vom Sähemann, wo er sagt, wenn der Samen, also das Wort Gottes, auf einen Boden fällt, wo dann die Dornen, und das hat er dann mit Sorgen der Welt bezeichnet, die Dornen die gute Frucht überwuchern. Dann nützt also auch das, was man vorher gehört hat, nicht. Also diese Selbstgerechtigkeit, dass wir meinen, mit unseren Sorgen das Wesentliche zu schaffen, das ist Jesus' Anliegen. Und deswegen ist es wichtig, auf Jesus zu schauen. Und das ist auch der Anspruch an mich, auf Jesus zu schauen, in jeder Situation. Und davon handelt dann auch die Predigt, welche Situationen auch auf uns zukommen können. Wir hören das Evangelium bei Lukas im 9. Kapitel. Wir brauchen dazu nicht aufzustehen. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns zunächst einmal den Predigtext für heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22 vor. Die Gefangennahme Jesu. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und heb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, haltet ein. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Soweit der Predigtext. Machen wir uns noch einmal klar, was zuvor geschehen war, an diesem denkwürdigen Tag der Gefangnahme Jesu. Es war der Beginn des Passafestes. Eins der drei wichtigsten Feste der Juden damals und auch heute. Und Passa wurde gefeiert auch bei Jesus und seinen Jüngern. Passa wurde damals in den Familien gefeiert. Und die Familie von Jesus waren seine Jünger. Und dazu gehörte einmal das Lamm, das Passalam, was ganz aufgegessen werden musste. Dazu gehörte auch ungesäuertes Brot. Und, ich sag das jetzt mal so, da habe ich erst mal recherchieren müssen, Wein, wobei das ein Ritus war, den man von den Römern genommen hatte. Denn ursprünglich gehörte Wein nicht dazu. Schon gar nicht, als die Kinder Israel auszogen aus Ägypten. Da war nichts mit Wein. Aber man hat im Laufe der Zeit sich das eine oder andere angenommen von anderen Völkern. Eben in diesem Fall von den Römern. Und zwar, wenn man merkte, man wollte eine besonders festliche Zusammenkunft haben. Und dann hat man schon zu Anfang einen, und das machen die Juden auch heute noch beim Passa, einen Schluck Wein getrunken. Einen Schluck, reihum. Und das hat Jesus mit seinen Jüngern auch gemacht. Und was auch damals schon dazu gehörte, anders als ursprünglich mal, als die Kinder Israel aus Ägypten zogen, aber zu Jesu Zeiten war, dass Reden gehalten wurden. Und Jesus war ja schon drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Aber an diesem ersten Tag des Passafestes, da hat Jesus besonders lange Reden gehalten. Seine Abschiedsreden. Und die Jünger haben das gar nicht gerafft. Und die konnten sich da noch kein Bild von machen. Dass Jesus sagte, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Man, der redet ja immer tolle Sachen, aber das haben sie noch gar nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann ist Jesus in die Nacht gegangen mit seinen Jüngern an den Fuße des Ölberges, denn er wusste. Und er wusste, was ihn erwartete. Dass er verraten würde, wie wir das eben gelesen haben. Dass er gefangen genommen würde. Dass er gefoltert würde. Dass er auf römische Art und Weise zu Tode gekommen würde. Und dass er von allen, von allen seinen Nachfolgern verlassen würde. Und in einem Moment am Kreuz, wo er die Schuld der ganzen Welt, kann man sich gar nicht vorstellen trägt, sogar von Gott. Das wusste er, als er jetzt rausging, in die Nacht mit seinen Jüngern. Und er war ein Mensch, genau wie wir. Und hatte nicht Angst um sein Leben, aber Angst, so alleingelassen zu werden. Und deswegen sagt er zu seinen Jüngern, bleibt bei mir, wachet und betet. Wachet und betet. Und was war mit den Jüngern? Entweder hatten sie doch zu viel Wein getrunken oder die Reden waren zu lang. Also die haben das nicht absichtlich gemacht. Sie sind eingeschlafen. Dreimal ist Jesus zurückgegangen und hat gehofft, dass seine Jünger ihm beistehen. Wachen und beten. Und wir wissen das auch. Wenn wir in einer ganz, ganz kritischen Situation sind, dann ist das eine enorme Hilfe, wenn wir wissen, dass es da noch Leute gibt, die bei uns sind. Und wenn sie nicht bei uns sind, die wachen und beten. Und was mich besonders berührt ist, wachen und beten kann jeder. Wer mal entbettlich ist, auch als Todkranker oder wenn er ganz stark ist, wachen und beten kann jeder. Und das kann uns davor bewahren, wie Jesus auch sagte, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Das kann uns davor bewahren, etwas ohne Gottes Willen zu tun. Aber seine Freunde waren zu müde und sie versagten in der entscheidenden Stunde. Und dann kommt Action in die Stille, wie wir vorhin gelesen haben. Bewaffnete mit Fackeln nähern sich. Die Jünger springen auf, sind alarmiert und wollen kämpfen. Das ist die Anfechtung. Die Idee, selbst loszuschlagen. Aber der Kampf spielt sich nicht auf dieser Ebene ab. Das hat Jesus deutlich gemacht. Ihren Kampf mit ihrer Müdigkeit haben sie verloren. Anscheinend sind die Jünger bewaffnet, denn sie fragten ihn, ob sie jetzt für ihn kämpfen sollten, mit dem Schwert. In der Hand wollten sie jetzt etwas für Jesus tun. Ich denke mal, das entspricht unserem Vorgehen als Menschen. Kommt Bedrohung, schnell reagieren und verteidigen. Das sehen wir auch im großen Maßstab in Europa jetzt. So sind wir Menschen. Fühlen wir uns, unser Leben bedroht, wird nicht lange gefackelt. Aber immerhin fragen die Jünger noch, ob sie losschlagen wollen. Bis auf einen. Der fragt gar nicht. Der haut gleich los. Wobei das Losschlagen nie eine gute Idee ist, wie Jesus verdeutlicht. Und er macht den Schaden wieder gut, den der impulsive Jünger angerichtet hat. Er heilt des Hohen Priesters Knecht, beziehungsweise das Ohr. Und machen wir uns nichts vor. Dieser Jünger, der wollte nicht sein Ohr abhauen. Das ging direkt auf den Kopf und gerade noch vorbei. Obwohl es hier um Jesus, um Gottes Sohn ging, ihm beizustehen, für ihn einzutreten, für ihn zu kämpfen, sagt Jesus, nein. Gibt es denn noch einen bedeutenderen Anlass, als für Jesus, für Gott, selbst die Waffe zu ergreifen? Wie vermeintlich, bei den Kreuzzügen und den Andersgläubigen im Mittelalter, da machte man so etwas, für Gott? Wenn nicht schon für Jesus, für wen oder was sonst, etwa wie uns heute Politiker und auch Theologen verkünden, für die Freiheit ein selbststimmtes Leben zu führen. In sexueller Hinsicht oder die Freiheit zu reisen, mit dem Flugzeug auf dem Traumschiff, die Freiheit ohne Tempolimit Auto zu fahren, die Freiheit andere als Kanalratten zu bezeichnen. Meinungsfreiheit, lohnt es sich dafür, die Waffe zu greifen, für diese Freiheit? Jesus hat nach Matthäus, nach dem Matthäus-Evangelium, bei seiner Festnahme zu seinem Jünger gesagt, der das Schwert zog, Stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Ein klares Wort. Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Was bedeutet das für uns? Wer Soldat oder Polizist? Oder ein anderer Waffenträger ist und zur Waffe greift, egal, egal aus welchem Grund. Gottes Beistand hat er dabei nicht. Auch nicht, wenn er Jünger Jesu ist. Punkt. Und warum haben seit 2000 Jahren Menschen, die sich auf Jesus berufen und Christen sind, Millionen umgebracht mit Schwertern, Schusswaffen, Raketen und Drohnen und Kampf jetzt? Auf Gott und sein Reich kann man sich dabei nicht berufen. Das ist nicht der Blick nach vorn auf Jesus, sondern der Blick zurück. Ich lese gerade fortlaufend im Alten Testament, ich lese gern die Bibel immer von vorne bis hin, immer wieder, x-mal schon. Und dort wird festgestellt, dass Gottes Volk, also das Volk Israel, heilig sein soll. Nicht heilig ist, sondern heilig sein soll. Das ganze Volk, ein ausgewähltes Volk von Priestern, nicht nur die Leviten und nicht nur die Söhne Aarons. Das ganze Volk. Und ausgewählt zu einem heiligen Leben für ihn, sind seit Jesus auch wir. Aber der Blick auf Jesus heißt jetzt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Die Kirche und der Staat sind eben nicht gleichbedeutend mit dem Reich Gottes. Im Reich Gottes steht man anderen bei, durch Gebet und Barmherzigkeit, nicht durch Waffen. Im Reich Gottes. Das ist eine Lektion an die Jünger damals, am Fuße des Ölbergs und an uns Jünger heute in der Passionszeit im Jahre 2023. Im Reich Gottes steht man anderen bei, durch Gebet und Barmherzigkeit, nicht durch Waffen. Für das Volk, für die Freiheit, für das Leben auf Erden zu kämpfen, ist seit Menschengedenken, Usos, völlig normal. Was ist das für eine alte Botschaft, dass man seinen Feind, den bösen Angreifer, töten darf? Seit Menschengedenken. Wer Jesus nachfolgen will, im Bild unseres Wochenspruchs ausgedrückt, greift zum Flug und nimmt das Reich Gottes in den Blick und lässt das Jahrtausende alte Auge, 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 Zahn und Zahn zurück, sonst ist er nicht dabei, sagt Jesus. Bei Jesus war das nach vorne schauen eine schwere Last, übermenschlich. Er wusste als Sohn Gottes, was ihn erwartet. Gott, wir wissen heute nicht, was auf uns zukommt, aber als Kinder Gottes wissen wir, dass wir zu seinem Reich gehören. Heute und über den Tod hinaus und brauchen uns deshalb, um unser Leben hier auf Erden nicht zu fürchten, denn das geht ja vorbei, aber das ewige Leben nicht. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.